Ihr erinnert euch an den Einspieler von der Professor Cahill, den wir vor kurzem hatten, vor ein paar Wochen. Das war diese Virologin, Epidemiologin, die gesagt hat, Zytokinsturm, wenn das genetisch veränderte Impfmittel in dir drin ist, kann es bei einer zukünftigen Infektion von einem normalen Virus zu einem ganz schlimmen Verlauf kommen, dass der Körper anfängt, gegen sich selber Krieg zu führen, Organversagen, Exitus und so weiter. Jetzt passt auf, was ich gefunden habe auf Multipolar. Die dritte Welle, Virusmutation oder verschwiegenes Impfrisiko, also erschienen ist er am 3. Februar, auf Multipolar. Ganz wichtig, auch dieser, okay, jetzt verschieben hier, egal, Multipolar heißt die Seite eben, ja. Das Narrativ der dritten Welle, mal gucken, ob ich das jetzt in Kurzform zusammenbringen kann. Die Covid-19-Impfung bergt zahlreiche Risiken, zu denen auch das sogenannte ADE gehört, erklärt gleich noch. Die Antikörperbedingte Verstärkung einer Infektion. Antibody Dependence, wie heißt das, ADE, das steht hier nochmal genau drin, was ADE heißt. Antibody Dependent Enhancement, genau. Also ADE, Antikörperbedingte Verstärkung einer Infektion. Diese und andere Unwägbarkeiten betreffen außer den Hochbetagten und Pflegebedürftigen auch andere Impfzielgruppen bis hin zu Kindern. Während die Impfstoffstudien weiterlaufen und damit die zu impfenden Personen tatsächlich als Probanden zu betrachten sind, schweigt das Aufklärungsmerkblatt des RKI zu zentralen Risiken. ADE könnte sich als eine von der breiten Öffentlichkeit nicht erkennbare Zeitbombe erweisen. Ich will jetzt nicht komplett darauf eingehen, das führt zu weit. Saisonaler Verlauf, Schreckgespenst für die Corona-Impfung, Resolution vom Europarat, haben wir neulich auch schon drüber gesprochen. Aufklärung durch das RKI, mangelhaft. Und hier unten kommt dann das Wichtigste. Da, 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 ADE ist nicht für die aktuell Geimpften. Genau. Gehen wir auf das Fazit. Also die nicht abgeschlossenen, aber bisher im Schweinsgalopp absolvierten Zulassungsstudien von BioNTech, Pfizer und Moderna lassen mehr Fragen offen als beantworten. Hier eine ganze Liste von Fragen, die halt hier wirklich noch nicht geklärt sind, wie zum Beispiel belastbare Ergebnisse zu mittel- und langfristigen Effekten, Effekte auf Schwangere, Hochbetagte, Fähigkeit der Impfstoffe, schwere Krankheitsverläufe zu verhindern und so weiter und so fort. Das kann man lesen. Aber das Wichtigste ist hier unten, das Operieren mit Boten-RNS macht aus der Impfung eine Form der Gentherapie. Allerdings betrifft diese Therapie ganz überwiegend gesunde Menschen quer durch das gesamte Spektrum der Bevölkerung. Die Boten-RNS-Technologie hat dafür aber weder den erforderlichen Reifegrad erlangt, noch die hinreichende praktische Erprobung erfahren. Ferner fehlt es an der Notwendigkeit eines solchen Vorgehens, da weder eine Pandemie gemäß einer sereniösen Definition vorliegt. Auch der Einsatz von Nanopartikeln, hier in der besonderen Form von Nanolipiden, muss als unzureichend erforscht gelten. So, und das ist jetzt der Hammer in diesem Absatz. Bei den weltweiten Covid-19-Impfungen handelt es sich also um ein völlig unnötiges, globales genetisches Menschenexperiment mit einem projektiv hohen Gefährdungspotenzial. Also dieser Ausdruck hier, globales genetisches Menschenexperiment, der hat mich wachgerüttelt. ADE ist dabei nur ein Aspekt, allerdings einer, der eine Analogie zu einer binären Waffe aufweist. Während der ADE-Effekt nicht zum Tragen kommt, solange nach einer Impfung erste von zwei Komponenten keine Infektion mit dem Wildvirus erfolgt und während eine natürliche Virusinfektion, die zweite Komponente, ohne vorausgelegene Impfung keinen anormalen Verlaufsformen erwarten lässt, führen Impfung und spätere natürliche Infektion im Fall von ADE dazu, dass sich nunmehr die Wirkung vergleichbar der einer binären biologischen Waffe entfaltet. Habe ich schon oft als Gedanken aufgeschnappt. Und hier, der unter Umständen große zeitliche Abstand zwischen Impfung und späterer natürlicher Infektion kann dazu beitragen, dass dieser Wirkungszusammenhang von der Bevölkerung und den Betroffenen nicht erkannt wird und von den dafür Verantwortlichen nicht offengelegt werden muss. Und das ist für mich eben auch dieser Gedanke, den ich neulich schon mal hatte. Was ist, wenn die ganzen extremen Nebenwirkungen durch diese gentechnisch veränderten Impfstoffe dann eben jetzt bei der nächsten normalen Welle, Grippe, was weiß ich, im Sommer, Frühjahr, Herbst kommen und die Leute dann wirklich umfallen, wie die fliegen. Und niemand kriegt den Zusammenhang hin zwischen dem, was da passiert und der Impfung, die sie eigentlich gekriegt haben, weil das viel zu weit weg ist. Und das ist für mich der Hauptgrund, um zu sagen, wenn die eine Impfpflicht einführen, keiner wird mich impfen, es sei denn, zehn Leute halten mich fest. Und ich tue alles, um in meinem Umfeld die Leute zu informieren, zu sagen, setz deine Maske auf, mach Social Distancing, aber wenn du dich impfen lässt, dann begibst du dich in Teufelsküche, im wahrsten Sinne des Wortes.